... ... ... ... Was hat das Internet heute zu bieten? Ja! Das passt eigentlich relativ gut zusammen eigentlich. Und auch zu dieser Folge heute? Und generell, HWSQ fasst das gut zusammen? Ja, gut. Oder... Alter! Alter! Alter, was? 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 Dieser Plot-Twist. Seid ihr bereit? Ja. Ja, ich bin zu dreid. Oh nein, oh der Tobi. Alter, was hat der Tobi denn von Karten? Atemlos durch... Hä? Was? 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 Warum ist das... Was? Alter, was? Tobi, was? Das kann der Tobi sein, Alter! 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 Das ist aber selbst geschrieben, ne? Ja, ja! Wo ist das so? So, pass auf und jetzt machen wir Karten auf den Tisch. Oh mein Gott! Schwanz raus für... Oh Tobi, jetzt war dein 10- bis 12-Jährige schon weg. Schade! Gut, für wen holen wir denn noch die Schwänze raus? Ein nekrophiler Dreier mit deiner Mutter und Carrie Fisher? Hä? Boah, die ist tot, Alter! Was? Die ist tot, Alter! Ein nekrophiler Dreier... Da muss man auch erstmal nachdenken drüber! Heißt das, dass der bisschen Mutter auch tot ist, oder was? Ja, ja! Oder nicht? Ist ein nekrophiler Dreier! Boah! Schwanz raus, der letzte... Der letzte Schwanz geht an. All-You-Can-Eat-Schrimps für 5 Euro! Er ist wieder von Tobi, Alter! Ah, Mist, wir haben ja noch die... Okay! Mhm! Also, wer oder was darf dich flachlegen? Ja! Der seltsame Typ mit dem langen Mantel, der nachts durch den Haken... Echt mal? Kannst du dem flachlegen darf dich? Ja! Ja! Okay! Klar! Ich meine, er ist der ehemalige Präsident, also warum nicht? Können wir tun, aber... Yes, we can, Alter! Wieso tut mir denn alles weh? So, dann schauen wir doch mal... Ähm... Ja, Kreuzzüge! Klar! Gut! Ist die Frage, auf welcher Seite man steht! Ja! Alter! Wieder fett genagelt, ans Kreuz! Er dauert, er dauert ein bisschen, aber er tut weh, das! Äh... Hier! Blutpissen und sich fragen, ob das so sein soll... Hab ich öfters! Oh Gott! Was verleihe ich? Zehn afrikanische Kinder, die auf den Zebrastreifen vom Auto... Was? Aber wie läuft denn, wie läuft denn da so ne Leihgabe? Aber wie sieht das aus? Ist das hinterher? Ist das hinterher oder vorher? Ist das dann... Ist das dann für'n vor'n Kamin? Oder was? Ist das dann... Ja, das ist dann so... So Dinge sowieso, äh... Gibt's doch diese Massen-Schrottautos, die verkauft werden? Zum Ausschlaufen! Ich fand das Kacke auch schon wieder... Used-Look quasi, Alter! Boah, ey! Okay! Oh! Ich saufe um... Meine Kackkarten schon vergessen! Super! Das... Es ist so... Es ist so bescheuert, Alter! Das kann man sich nicht mal ausdenken! Okay! Du musst zugeben, dass du von... Den Milchtitten deiner... Okay, wer hat... Wer hat dein Penis? 100%! Muss doch! So, was haben wir denn in der Hand? Äh... Hier, das ist nur... Alles klar! Alles klar! Alles klar! Direkt mit der ersten Karte! Direkt mit der ersten Karte, Alter! Wir müssen dran denken, alle Antworten... Wir müssen jetzt immer auf diesen Blick gucken! Alle Antworten müssen was zu tun! Okay, okay! Dann muss man sich vorstellen, wie derjenige guckt und das davorstehen steht! Genau! So! Okay! Dann haben wir das! Ja! 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 Wenn die Schlange das Köpfchen rausstreckt immer! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Alter! Ich bin noch der bester Freund einer Frau! Hahahaha! 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 Entschuldigung, Gott, Gott, Tobi! Warum machst du solche Karten? Tobi ja! Hahahaha! 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 Oh! Hahahaha! Oh Gott! Okay, sorry! Oh... Schön! Einfach schön, schön, Tobi, schön. Wissen ihr eigentlich, wie ich einmal sterben möchte? So. Alles klar, toll. Danke, danke für die Vorlage. Vielen Dank. Das bringt mich persönlich weiter. Also, wenn ich, aber ganz ehrlich, wenn ich mal sterben möchte, dann auf jeden Fall so. Was? Was? Warum? Warum? Das ist so mega sinnlos einfach. Ich kann nicht mehr. Warum? Ich stelle mir das so vor, wenn du das so erzählst. Ich möchte einmal sterben mit oder durch Holz. Und alle so, ja, ja, ja. Ja, wenn auch nicht Holz in der Hose oder was. Nennt man das nicht so? Was? Nennt man das nicht so? Holz vor der Hütte heißt es. Holz in der Hose. So ein Holzbein. Die Holzglocken sind am Start. Weiter, bitte weiter. Okay. Ja, und Mikauk brachte den Opfern vom Erdbeben in Haiti unter anderem Ekelbilder. Das ist Lungenkrebs. Kopf hoch. Das hat er nicht. Da hat noch so einen halben Stahlträger im Kopf. Ja, und schließlich brachte er den Opfern außerdem noch Micha... was? Warum? Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Jetzt wird es richtig ekelhaft. Okay. Okay, vor was habe ich denn so Angst? Unter anderem vor... Ja, vor einem Zuschauer, dem es schlecht geht. Oh, komm bitte. Wenn es einem Zuschauer schlecht geht, ist das meine größte Angst. Und wenn ihr euch nicht dafür entscheidet, dann seid ihr Monster. Dann seid ihr Monster. Hast ihr etwa eure Zuschauer so sehr? Voll das Zeug, ey. Der Smiley ist ja noch schlimmer als der Satz selber, Alter. Das war schon ein Opfer. Das ist alles so bescheuert. Das ist alles so bescheuert. Oh, ich muss nur meinen eigenen Witz lachen. Ich hasse mich. Das nächste Mal spielen wir das am Ende einer Aufnahme. So, okay. Außerdem im Jahre 2005 hat ein Hill-Willi sehr, sehr beliebt... Oh. Oh, das hätte ich mir anders formulieren sollen. Das ist so ein Feiertag, Alter. Genau, genau. Also, lieber zu spät als... Alter, es geht halt recht volle Pulle los. Ja, aber es ist ja wahr. Also, muss ich zugeben, geht mir aber ähnlich. Sex ist zu gefährlich. Ich bevorzuge... 8 Gramm bestes russisches Dekord. Scheiße, Mann. Okay. Okay, sicherer. Ist auf jeden Fall TÜV geprüft. So, pass auf. Alle klar. Ich habe ein Secret gefunden. Es ist... Der größte Spaß. Alter, was? Aber wir produzieren auch... Hä? Alter! Pobi, Mann! Nee! Okay, hier, wer war das? So. Welcher? Ja! Selbst geschrieben! Ja! Ernsthaft? Was? Ja! Boah, du bist ein widerlicher Mensch! Schade! Schade! Schönes Ende gewesen! Ich frage euch! Ihr wisst ja Bescheid! Was hat meine letzte Beziehung beendet? Ja, komm, sag. Oh nein, warte. So jetzt. Wann ist es? Was? Was? Stellt euch das bei mir vor! So! Okay, fangen wir mal in der goldenen Mitte an. Das neue Superhelden-Duo und Zeitgeek-Duo sind Explosionen und... Alter! 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 Alter, wenn Tobi grad nicht zarr wäre, ich... Ganz ehrlich... Boah! Wer war das? Das ist genau noch mein Geschmack. Sehr gut. Und beim ersten denkst du noch so, naja, das ist ja okay, weißt? Was soll schon passieren? Schön, ey. Ja, und wer kennt zuletzt nicht? Dicke Jungs, die zwar gut im Bett, aber halt dick sind. Guck mal! Guck mal! Nein! Deine schieße das andere Video! Und? Wie... Hahaha! Scheiße! Weil... Currys Vater trinkt, weil... Die Ausdünnung der Untermenschen... Alter, was? 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 Der Untermenschen... Was zum Teufel, Alter? Was zum Teufel? Dann gucken wir mal. Papa trinkt, weil... Einfach so bumm, Ende. Hm, hm, hm. Da schreibt doch 100 pro selbst was. Ja, muss ich ja. Ich muss ja. Was würdet ihr denn da hinschreiben, wenn ihr die Wahl hättet? Immer dafür sorgen, dass es meiner Community gut geht, würdest du jetzt wahrscheinlich schreiben. Und wenn du das nicht wählst, dann müssen wir noch was von dagegen. Nee, aber das ist ja zu schleimig. Das hat man schon mal in der vorletzten Folge. Das kannst du nicht noch mal bringen. Nee, 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 nee. Ich glaub, ich hab was. Oh Gott. So. Wenn ich König wäre, würde ich außerdem immer dafür sorgen, dass... Alter. Mit einem fucking Herz, Alter. Du bist so ein Bastard, Alter. Das ist so furchtbar. Einfach so ein richtiges Opferkind. Ja! Ist das wie... Gott, der Doob, ey! Aber wenn du das nicht wählst, dann hast du noch deine Community. Wie der mein Curry halt weiß. Wie der mein Curry halt weiß. Oh, ich hab Bauchschmerzen. Oh, mein Bauch. Ich kack gleich in meinem Darm. Hä? Wie geht das denn? Alter, ich hab so Bauchschmerzen. Also Curry ist der Meinung, ich sag jetzt random Namen. Curry ist der Meinung, seine Zukunft wird aus der wundervollen Comedy gemacht. Oh, das ist doch nicht wahr, ey! Oh, das ist doch echt viel da! Oh, das ist doch echt viel da! Oh, von der Zerbie! Oh, schön ist das! Schön! Das könnte... Das könnte von jedem von uns sein, weil wir alle so denken. Ja, genau! Ganz kurz, kann ich eine Anfrage stellen? Kannst du den Satz immer fröhlich vorlesen? Meinst du, der da steht? Ja, einfach, was jetzt aufgedeckt wird, immer fröhlich vorlesen. Oh, okay. Ja, okay. Eine Mädchen, das vergewaltigt wurde, sagen... Ein nicht sehr enthusiast... Enthusiastischer... Fünf von zehn. Alter... Außerdem... Kopf hoch, aber... Herzlichen Glückwunsch zur Einstellung! Das ist doch... Wer war das? Wer war das? Wer war das? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es einer... Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es einer... Ich kenn die Leute nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es einer von euch genommen hat! Und kein von euch! Und wir warst. Das ist doch... Also entweder ist Tobi... Nee! Neneeneene! Was? Wieso ich? Wieso ich? Nein Nein, oder? Nein Das ist selbstgeschrieben Das ist selbstgeschrieben Das ist fucking selbstgeschrieben Du kommst in die Höhe Du kommst in die Höhe Du kommst in die Höhe Ich bin jetzt immerhin Single Da gibt es wieder Luft Guck hier Es tut mir so leid Rächtet sich zu enthusiastischen Headshops auf Ja den fand ich auch gut Oh Gott Fangen wir in der goldenen Mitte wieder an Also meine Hand in deiner Hose Oh das passt aber gut Macht mich feuchter als Das Hä? Alter Wollt ihr mich verarschen? Das Blut Christi Wer war das? Das war Pan Nein ich war das nicht Doch das war Pan Doch Oh nein Was haben wir denn? Tote Babys? Oder was? So was ist denn der wichtigste Bestandteil? Zum Beispiel Veganer die ihre Fresse nicht Hahahaha Hahahaha Wer hat dir die Karte? Hahahaha 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 Mein Bauch explodiert Oh So Unter anderem Bestandteil ist natürlich auch 3x6 ist auch 18 Hä? Hä? Was? Was? Achso Was? Der dauert ein bisschen Alter Ja man Das sind 2x9 Alter Oh oh Alter Tobi das geht nicht Sie war 14 und die waren 7 oder wie war das? Hahahaha Hahahaha Achso Hahahaha Hahahaha Tobi Junge Hahahaha 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 Ein neuer Tag Neuer Hahahaha Todesspritze bekomme aber es bringt dich nicht um sondern macht dich einer geistig behindert Hahahaha 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 Das ist ein schöner Tag ey Hahahaha Das ist ein schöner Tag Hahahaha Also startet man doch gerne in den Tag Hahahaha 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 Also ich denke ähm manchmal auch beim Sex gerne über Curry nachreden Hahahaha 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 100 pro Tobi alles Das war 100 pro der Erik Hahahaha Ja man Hahahaha Ob seine Arschbacken beim Sex Wellen schlagen als würde ich einen Stein in einen See werfen Hahahaha 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 Der neue Mitbewohner im Big Brotherhaus heißt Das kommt von Erik, alles klar. Was? Was? Nein! Und es selbst geschrieben. Was? Alter. Falt er mich verarschen. Boah, gut. Aber ne schöne Währung wäre auch, gereift er auf der Tee. Ja, Erik. Alter Tobi, Tobi, alles klar? Was soll ich sagen? Er hat seine verschissenen Kackklammern. Lass meine Klammern in Ruhe. Geraspelt muss sein, sonst kann man den nicht bezahlen. Was ist denn so eklig? Was ist am knusprigsten? Eine zugeschissene Sonarie. Kommt, Spachtel abkratzen, Alter. Was ist das ekelhaft? Ich bin sofort Schmerz, weil das Ding zu heiß wird. Weißt du, erst mal verscheißen, Alter. Aber gut, wenn der spielt. Ja, das ist okay. So. Was stinkt hier aber so? Hitler, der in die Asche von Tau... Was? Alter. Warum kriegt der immer die guten Karten, Mann? Das ist voll... Alter. Weißt du, dagegen ist mein Einschulungsding schon längst... Das ist dagegen... Alter. Nee, nee, nee. Das tobt immer noch alles. Nee, nee. Nee, nee. Wie soll das... Wie soll das dann... Das toppen, bitte, Tobi. Wo ist das Verhältnis überhaupt? Alter. Das Verhältnis... Nur dadurch, dass das selbst geschrieben war. Ja, weil ich ein kreativer Mensch bin, Tobi. Okay? Ja? Hast du etwa kreative Menschen, Tobi? Ist es das? Ja? So. Entschuldigung. Was hast du gesagt? Hä? Schauze! Oh. Hey, Arnold. Das ist aber nicht nett von dir. Hä? Was? Was passiert denn hier? Was passiert denn hier gerade? Warte. Ich will doch nur spielen. Die hat das gelesen. Die hat das gelesen, Tobi. Alexa, es tut mir leid. Schon gut. Ja. Da bin ich auch beruhigt. Am Ende. Was passiert denn hier? So. Okay. Aber die Frage ist natürlich... Was stinkt hier eigentlich so? Die Fruchtblase, die während dem Schatzplatz. Klop. So ne Wasserbombe. Du bist ja gar nicht so trocken wie sonst. Alter ey. Ja. Na gut auf jeden Fall. Eine Spur aus glittigem Schleim, der zu... Alter. Das Problem ist, man muss sich das direkt immer vorstellen, ne. Das ist... Alter. Das tut richtig weh im Kopf, ey. Das tut richtig weh. Kann man daraus Seife machen? Ach. Ja, eigentlich schon, oder? Eigentlich. Wär ein schöner Kreislauf auf jeden Fall. Ich wasche meine Hände mit Frühchen. Seit ich meinen Paten aus der Schweiz habe, kann ich jeden Tag... Was? Okay, pass auf. Was nimmst du denn mit zu einer einsamen Insel? Schamhaaren mit Menstruationsdressing? Hä? Hast du ihn selber gemacht, Tobi? Nee. Nee. Is das ekelhaft, ey. Es lag mir auf der Zunge. Es lag mir auf... So, okay. Was nimmst du mit zu einer einsamen Insel? Blumen die Ficken. What the fuck? Hört's an wie, wie, als Gandy von Teletubbies oder so. So lebende Blume. Und außerdem, neuer Trendwert. Eine Blendgranate in einem... Was? 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 Alter, was? Ich bin gespannt. Vin Diesel ist ja bekannter Weisen, der ist ja Gourmet. Ja, der ist ja, ne? Also, Gourmet Vin Diesel spießt dies zu Abend. Der vom Analsex völlig zerstörte Schließmuskel. Das passt ja jetzt zu gerade so gut. Übrigens, letztens in Afrika und da gab es kein Strom, oder Wasser, oder Infrastruktur, oder Essen, oder Hoffnung. Hase? Nee, 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 ich mach meine Hände in den Schuh. Lass mich da bitte aus dem Spiel, bitte. Zwischen Tobio und Erik. Ja, was? Das wüsstert mich so geil. Nichts geht über Sex. Nichts außer... ...masturbieren, wenn plötzlich die Schwester reinkommt und angewidert aber auch... Was das denn, Alter? Alles klar, Tobi, es tut mir leid. Inzesterik, oder was? Mhm. Mhm. Okay, Tobi findet aber... Zwei andere Sachen im Leben sind uns sicher. Der Tod und... Schlampen. Alle klar? Das ist so Tobi, Alter. Das ist so Tobi, Alter. Meine Meinung. Das ist wohl wahr? Okay. Die Ergebnisse der Autopsie kamen gerade rein, die Todesursache lautet... Oh. Oh. Lipps. Ich will... Stevie Wonder, der auf der deutschen Autobahn fährt. Ja... Ja. Ja. Okay, das war schon mal nicht von Erik. Nein. Ich bin sehr gespannt. Okay. Die Ergebnisse der Autopsie kamen rein, die Todesursachen lautet... Achhohhoho... Alter, ey... Alles klar! Alles klar! Ich kann die Karte nicht legen, Alter. Zu nichts! Du kannst diese Karte nicht legen. Es geht nicht! Es ist... Aber wenn die Frage vielleicht lautet... Was für dich abscheulich oder so? Es gibt diese Frage... ...為什麼 Kartenspiele nicht... Die gibt es nicht. Es gibt immer nur so Juho-Karten, weißt du so? Aber das ist schon krass, Erik. Das sind- auch selbst geschrieben, ne? Ja klar, klar. Ich hab da... Ich hab 10 davon im Deck einfach, weil die immer passen als Joker. Kommt immer gut an. Ey, welch dick ist die Karte bitte? Mein Gott, ey. Alter, du kannst diese Karte nie legen, nie. Mann, das Geheimnis meiner Diät, Kindesmissbrauch. Du kannst sie nicht legen. Wenn ich so eine Karte hätte, würde ich die auch legen, Alter. Hättest du Kindesmissbrauch gelegt? Ich hätte Kindesmissbrauch hoch 2 gelegt, ey. Ey, Leute, wir sind doch echt einfach meine Karte. Ich hab 99 Probleme, aber Kindesmissbrauch... Oh Gott, ey. Also wirklich, ich hab 99 Probleme. Aber... Kindesmissbrauch... Alter, willst du mich verarschen? Alter, willst du mich verarschen? Alter, willst du mich verarschen? Was ist jetzt? Du hast ganz genau auf die Folge gesagt. Was warst du denn da für Subnails? Ja, ich wollte auch grad fragen. Hui! Diesen Satz werde ich jetzt nicht zu Ende führen. Das ist unfair. Ja, außerdem... Äh, natürlich kein Problem für mich. Ausgeleitet von... Oh nein, oh nein, nein, bitte nicht. Bitte nicht, nein. Es wurde aber alles raus. Okay, gucken wir mal. Alter, ernsthaft? Alles klar, Instant Win, Alter. Let's go! Alter... Alter, was warst du... Der hat sich die Karte gemacht, was? Alter... 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 Alter...